Also stimmt es nun doch. Die neue Frauen-Ülsits-Seite heißt Amine Gülse. Er veröffentlichte bei Instagram ein Foto mit der ehemaligen Miss Türkei. Zusammen sind die beiden zwar schon seit dem Sommer, trotzdem machen die beiden es erst jetzt öffentlich. Auch Amine postet das Foto und beide schreiben, ich liebe dich darunter. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal.